Hallo, Hallöchen Leute! Na, wie geht's euch? Ich hab euch heute mal etwas Feines mitgebracht und zwar, wie man unschwer am Titel erkennen kann, werden wir heute besprechen, was auf diesem Kanal für Ashes of Creation Alpha 2 so passieren wird. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein Video ist schon draußen über das gute Server-Mashing. Dort habe ich mich mit meiner ganzen Expertise, die ich in den letzten Jahren als Systemingenieur erlernt habe, habe ich mich dort mal reingesetzt und mir das Ganze so ein bisschen angeguckt. Also, wenn ihr es gucken wollt, Video ist da, gebt doch bitte ein Like und vielleicht lässt ihr noch einen Kommentar da, auch wenn vielleicht nicht alles hundertprozentig richtig erfasst wurde. Dennoch denke ich, es ist ein gutes Video geworden und ich hoffe, euch gefällt es genauso. Dann, kurz zu mir als Hintergrund. Ich selber verfolge Ashes of Creation schon seit den Anfangszeiten, bin auch selber Kickstart-Backer. Das bedeutet, ich war auch jetzt bei den ganzen Spot-Tests mit dabei, wobei man sagen muss, vielleicht nicht bei den ganzen. Ich habe einmal mitgemacht für, ich glaube, zwei Stündchen. Dann habe ich schon wieder aufgehört und ich werde aber einiges mehr jetzt in der Alpha 2 spielen. Und dann auch quasi zum Thema, was genau wird euch denn auf dem Kanal erwarten? Also, zum einen haben wir jeden Freitag einen Stream und wir werden, solange es das erlaubt, jeden Freitag Ashes streamen. Wie lange werden wir streamen? Wir werden wahrscheinlich nicht viel in der ersten Phase, also in dieser Alpha 2 Phase 1, nicht ganz so viel Zeit da drin verbringen. Und das hat folgende Gründe. Wir werden erstmal ein bisschen drauf losspielen und sollten wir Bugs entdecken, werden wir natürlich melden, ganz klar. Aber diese Phase 1 ist ja jetzt kein tiefgründiger Test. Da wird ja erstmal, sage ich mal, die Scalability, Stability, Performance und so ein bisschen Progression getestet oder soll getestet werden. Deswegen, für meinen Geschmack her, langt das da noch nicht so wirklich, dass wir jetzt, oh, Detail, auf irgendwelche Sachen eingehen, die nachher Gameplay-Mechaniken sind. Ähm, deswegen würde ich davon absehen, wir werden, wie gesagt, jeden Freitag immer ein bisschen spielen. Wir werden progressen und wir werden uns das Ganze ein bisschen angucken. Aber es wird definitiv jetzt kein krasser, wir testen da mal rum und gucken uns das genau an und ich gebe dazu überall meine Meinung. Ich werde meine Meinung abgeben, definitiv, zu einigen Sachen, wie im Spot-Test und weswegen ich dann auch quasi den Spot-Test so ein bisschen abgebrochen habe. Ähm, wird es da definitiv im Stream Meinungen geben, 100%ig und es wird auch dazu wahrscheinlich so ein, zwei Videos rauskommen, wie meine Meinung jetzt gerade von Stabilität, Ähm, Skalierung, Performance ist. Ja, das ist ganz klar. Aber wir werden jetzt kein, also wir werden definitiv in dieser Phase auch kein Gameplay oder Sonstiges bewerten. Das werden wir dann in der Phase 2 machen. Dort testen wir dann wirklich und dort gehen wir auf einige Sachen ein und ich persönlich habe so ein bisschen meine Expertisen beziehungsweise meine Punkte, wo ich halt rein will. Und das ist zum einen Questen, Leveling, Combat und auch ein bisschen Exploration. Und jetzt fragt ihr euch so ein bisschen, ah, das sind ja alles nur Sachen, die man theoretisch Solo machen kann und das ist richtig. Ich habe keine Gruppe, ich habe auch keine Gilde. Ich spiele solche Spiele zwar ultra gerne deswegen, aber ich glaube für wirklich rein zu testen und wirklich die Sachen auszuklügeln und zu balancen, der braucht es schon feste Gruppen beziehungsweise feste Gilden, die den Content halt wirklich mehr oder weniger auseinander nehmen. Also deswegen wird es von mir kein Gruppen- oder Gilden-Content großartig geben. Wir werden natürlich, wir werden in Dungeons reingehen, wir werden auch mal uns einer Gruppe anschließen und werden da mal was machen. Aber großartig sage ich mal, das jetzt zu testen dann, das wird wahrscheinlich nichts. Was wir dann aber dafür machen werden, ist in all den anderen Aspekten, die ich genannt habe, dort werden wir dann halt wirklich testen. Da werden wir wirklich darauf achten, wie sind die Quests aufgebaut, wie läuft das Leveling so, wie ist der Combat und dann quasi, was kann man alles exploren, wo kommt man Solo hin, wo braucht man Gruppen dafür, sowas in der Richtung und wo, denke ich, müsste man noch Anpassungen machen. Genau. Und was halt ganz große Sache ist, ist normalerweise Story. Da soll jetzt natürlich in der Alpha 2 noch nicht so viel davon da sein und auch in den Beta-Phasen glaube ich auch noch nicht so viel. Wir werden aber trotzdem jedes Pünktchen an Story, was wir da haben, wie man das vielleicht von Throne of Liberty schon kennt, werden wir mitnehmen. Also, ich habe da Bock drauf. Also, ich werde mir die Questlogs durchlesen, etc. Und da kann man ja auch mal noch so ein paar Verbesserungen mitgeben. Da wird man vielleicht ein paar Bugs finden. Sowas in die Richtung. Das werden wir auf jeden Fall machen. So. Dann, was würde es und das wird halt alles im Stream gemacht werden und da werden wahrscheinlich dann auch noch ein paar Videos dazu gemacht werden. Halt, ja, einfach ein bisschen drüber reden. Also, offene Diskussionen, die ich mit euch führen kann, entweder in den Kommentaren oder live im Stream. Und ihr könnt auch gerne immer dazukommen, könnt mir Fragen stellen, auch wenn das jetzt nicht zu Ashes ist, mir irgendwelche Fragen stellen. Wenn ihr zum Beispiel noch gar nicht wisst, was Ashes of Creation ist, dann gerne unten in die Comments. Dort habe ich einen Link drin, wo ihr mich dann auch darüber unterstützen könnt, euch registrieren könnt. Kommt ihr aber auch auf die Ashes-Seite drauf und könnt euch dort mal so ein paar News-Sachen durchlesen. Ansonsten würde ich auch empfehlen, das Ashes-Wiki, das werde ich euch unten auch noch mal verlinken. Dort steht basically alles, was bis jetzt zu dem Game bekannt ist, steht in diesem Wiki drin. Dort könnt ihr auch immer nachlesen. Genau. Was es nicht geben wird hier als Content und das ist zum einen, weil ich persönlich sehr streng dagegen bin, ich bin kein Guide-Ersteller. Hier wird es keine Guides geben, hier wird es keine Videos geben, wie fünf Sachen, die ihr in der Alpha 2 unbedingt machen müsst, oder fünf Sachen, die ihr vor der Alpha 2 unbedingt machen müsst, oder whatever. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder was ist das beste Bild, wo können die am meisten Schaden machen, etc. Das wird es nicht geben. Das wird es einfach nicht geben, plane weg, ich bin da immer dagegen. Weil es ist A, kein fertiges Spiel, das ist eine Alpha. Also jeder, der solche Videos raushaut, der farmt einfach nur eure Klicks ab. Sorry, aber andersher kann ich mir dann leider, also das funktioniert andersher nicht. Der farmt nur ab. Das ist kein richtiges Spiel. Wir spielen hier kein, äh, sag ich jetzt mal Throne in Liberty, was schon fertig ist und rausgeht und das ist nicht. Wir testen etwas. Wir spielen nicht. Wir testen. Das mag sich so anhören und so anfühlen und so ansehen, als würden wir was spielen. Aber wir testen das. Das heißt auch, jeder einzelne Bug, den wir sehen werden, den wir sehen, der wird reported. Da wird hingegangen und da wird danach sich hingesetzt, vielleicht sogar noch on-stream. Ähm, und da wird einmal durchgegangen, was man so gesehen hat. Ja? Also ich werde, ich bin, ich halte davon wirklich sehr viel Abstand für irgendwelche Guides zu erstellen oder sonstiges. Wenn das Game da mal draußen ist, könnte das vielleicht nochmal was anderes sein. Aber dann ist das Game draußen. Dann kann man es wirklich spielen. Dann helfen solche Guides auch wirklich. So. Deswegen von mir auch die ganz, 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 äh, krasse Empfehlung. Kauft euch keinen Alpha Key und nicht irgendwas anderes, um Zugang zu dieser Alpha zu bekommen, wenn ihr denkt, ihr könntet da was spielen. Noch nicht im Entferntesten. Macht's nicht. Macht's einfach nicht. Wartet ab, bis das Spiel regulär rauskommt und gönnt's euch dann. Vielleicht könnt das Alpha 2, äh, ist ja alles scheiße. Obwohl es gar kein fertiges Spiel ist. Und auch nicht meins draußen. Deswegen lasst es einfach. Wenn ihr aber mithelfen wollt zu testen und wenn ihr dort ein bisschen Zeit verbringen wollt und auch wirklich jeden Bug reporten wollt, ja gut, vielleicht nicht jeden, aber wenn ihr Bugs reporten wollt, die ihr findet, wo ihr denkt, ihr habt da Expertise drin, ihr wisst, wie Quests aufzubauen, äh, aufzubauen sind. Ihr wisst, wie Leveling ungefähr funktionieren soll für euch, dann macht das, dann testet das und bringt das mit in die Community. Okay? Macht das aber bitte nicht, wenn ihr denkt, ihr könntet ein Spiel spielen. Das ist hier nicht der Fall. Und das werden wir auch on-stream nicht machen. Und ich würde auch all meine Videos darüber auslegen, dass es nicht gespielt wird. Wir geben hier Feedback und wir testen hier. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das rüberzubringen. Und, ähm, genau. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Ihr wisst Bescheid, was hier auf dem Kanal dann passiert. Und, ähm, jetzt möchte ich euch noch ein bisschen so, quasi ein bisschen Hintergrund zu mir persönlich geben. Ähm, ich komme ursprünglich sogar aus einem Testcenter. Das heißt, ich habe mein duales Studium in einem Testcenter angefangen und kenne mich deswegen so ein bisschen zumindest mit Softwaretests aus. Kein Game-Tester, ähm, definitiv nicht. Das heißt, in dem Feld fehlt mir halt definitiv Erfahrung. Aber ich kenne mich halt mit Softwaretests ein bisschen aus. Das heißt, zumindest da müsste ich so ein bisschen wissen, worauf wir achten, worauf wir zu achten haben und wo wir halt, äh, Bugs rausfinden können, wo wir was reporten können, wie wir das reporten können. Und dann persönlich spiele ich halt seit Ewigkeiten MMOs. Also wirklich, ich weiß gar nicht mal wie lange. Ähm, falls du einer kennt, Lars Chaoszeiten. Also, dass das, als dieses koreanische MMO rauskam, habe der kleine, äh, Fatal dort schon gesitzt und hat das gespielt. Ähm, persönlich habe ich mich aber immer ein bisschen distanziert von den größeren MMOs. Das einzige wirklich größere MMO, was ich viel gespielt habe, war Guild Wars 2. Und ich glaube, Guild Wars 1 nur. Also, Guild Wars 1 könnte man auch sagen. Da hatte ich auch ein paar Stunden drin. Ähm, aber ich habe mich von den größeren MMOs immer so ein bisschen distanziert, äh, weil ich persönlich eher in Richtung, und das gab's halt schon ewig nicht mehr, äh, weil ich halt eher so in Richtung Sandbox und, ähm, spielergetriebene Spiele gehe. Und das sehr, sehr liebe. Und falls es einer von euch zum Beispiel kennt, sowas wie die Stämme, das Browser-Game, wo einfach, das ist pur spielergetrieben. Dort ist diplomatisch alles von spielernabhängig. Und das ist quasi das, was ich gespielt habe. Ähm, und was mir extremst, extremst viel Spaß macht. Und so wird wahrscheinlich für euch auch das Erlebnis in Ashes sein. Also, wir werden, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß aber gar nicht, wenn das Spiel draußen ist, ob wir da wirklich viel, äh, ob ich da wirklich viel streamen kann. Weil ich werde hundertprozentig in irgendwelchen politischen Themen da mit drin sein in diesem Game und, ähm, wird versuchen, dort mitzumischen. Weil es ist einfach, es ist das Beste. Es ist, es ist einfach Spieler gegen Spieler. Und, ähm, jetzt nicht auf Niveau, äh, ich hau dir direkt im Game auf die, auf die Fratze, sondern quasi so, so politisch, so, so ein bisschen Intrigen-mäßig und so. Sowas könnt ihr von mir erwarten. Und da wird es einige Videos davon geben, definitiv. Ähm, ich hoffe, das gefällt euch dann. Aber, das war es erstmal, was in Alpha 2 passiert. Ich hoffe, ihr habt einen, äh, kleinen Einblick bekommen. Ich hoffe, das Video ist jetzt auch nicht so lange, aber das wird schon. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Alpha 2, falls ihr dabei seid. Falls ihr nicht dabei seid, schaut im Stream vorbei. Guckt euch die, äh, Streamer an. Guckt euch Videos an. Macht euch ein Bild von diesem Game und gebt euer Feedback. Das Spiel, gerade im Moment, lebt extremst, extremst davon, dass ihr Feedback gebt. Dass ihr diejenigen seid, und auch ich, ähm, die Rückmeldung geben, ob das Game in eine gute Richtung geht und was da dran vielleicht noch geändert werden muss, sodass alle ihren Spaß haben. Also, vermeintlich alle ihren Spaß haben. Es wird nicht jedermanns Geschmack sein. Dieses, äh, PVX, sag ich jetzt einfach mal, und dieses, ähm, Diplomatische, das man mit den Städten und den Notes hat. Das wird nicht jedermanns Sache sein, aber guckt es euch an. Gönnt euch ein paar, äh, äh, lustige Szenen aus der ganzen Alpha 2, die dort noch passieren werden, und ich hoffe, dass ihr euch auch einige bei mir gönnt, und damit gebe ich quasi zurück zu euch ins Studio, und Und wir sehen uns. Tschödelü. Bye, bye.